Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Fortnite. Ich glaube nicht, dass ich eine Runde gewinne, weil ich spiele eigentlich nicht so oft Fortnite. Aber wenn ihr natürlich mehr Fortnite-Videos sehen wollt, gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Ich bekomme natürlich auch mehr Fortnite-Videos. Ich gehe in Tomato Town. Einer ist mit mir geflogen. Oh Gott, Scheiße. Ja, aber was ist denn mit mir geflogen? Probierst du nicht, was ist denn? Kisten zu snacken? Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh Gott. Ich habe doch keine Nieder. Ich habe doch keine Niederung. Ja, aber ich habe doch keine Niederung. Die Mini-Gang. Oh Gott, wer das hat? die runde war jetzt mega schlecht aber nächste runde wird das die Wir springen einfach gleich raus sobald wir können und los, ich springe einfach raus. Ich hoffe das wir nicht so gut. Ich sehe keine, die mit mir gefahren ist. Und zurück eine Kiste ohne gute Sachen. Das wird noch eine. So erstmal. Und das ist ja schon besser. Okay, wir wollen uns noch mal nicht. Das ist ja schon besser. Das ist ja schon besser. Das ist ja schon besser. So, das pawnen wir alles nicht. Stein. Okay, wir sind nur ganz knapp nicht in der Zone. Okay, das ist okay. Okay, das ist ja schon besser. Okay, das ist ja schon besser. Okay, das ist ja schon besser. Da war jemand, Leute. Ich renne einfach ganz schön an dem vorbei. Hoffentlich hat der mich nicht gesehen. Da ist jemand. Ich renne und dann. Genau, das ist ja schon besser. Ich hab mich jetzt nur auf den Ohm konzentriert. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht gut im Fortnite, Leute. Aba egal. Ich hab mich jetzt nicht mehr. so große große städte immer leute hinterher fliegen schreibt mir in die kommentare was eure lieblingswaffen vollständig also mein meine ist immer ein sturmgewehr die neue armbruchs wird gerade meinen fans die neuen armbruchs drehen so 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 billige pistole so 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 letzte runde wollte schon sagen letzte folge aber wie gesagt wenn wir mehr von den videos haben wollten da und nach oben mein ich kann auch nicht mehr sprechen und dann kommen neue vordern videos wo sind dafür lesen ach du heilige scheiße ich gehe zurück die mürze das auf dem bürgerhaus leute wünschen mir glück für nur ein kill haben nur ein einzigen bitte mit mir geflogen ist ich bin glücklicherweise Das war's. die leute wir sind auf jeden fall denn schon mal nicht gestorben ich nehme noch 59 leute so und einmal ganz schnell in das Haus rein, hier ist nix großartiges mal hoch bisschen Metall hier ist ein kleines Schild dran mein Gott so aber, hier war noch keiner, ok brauchen wir uns da mal hoch oh Gott oh der Scheiße, Gebot ok ich schreite daran dass ich zu doof bin um hier hochzukommen mein Gott ne ich bin der dümmste Fortnite-Spieler, den es gibt ganz ehrlich ich bin ich bin oh Gott ok Leute, ich würde sagen, das war's damit Fortnite, wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach rum und noch vergesst mich nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video Tschüss mit Vielen Dank.